Willkommen bei Malida und zu einer weiteren Folge von Freitag, der 13. Wir sind auf Pinehurst und jetzt warten wir erst einmal kurz die Gewaltorgie ab. So, der Gewalt ist erstmal genüge getan, also wir sind auf jeden Fall nicht Jason, wir sind auf jeden Fall Jugendleiter oder Leiterin in dem Fall. Oh, wir sind auch direkt im Großen Haus, ich hoffe Jason kommt nicht direkt, weil dann könnte ich mal hier in Ruhe durchgehen, bisher war ich hier immer nur in Action eigentlich. Okay, ich mach erstmal lieber ein Fenster auf, falls wir gleich doch noch irgendwie, falls Jason doch irgendwie kommt und mach ich immer lieber ein paar Fenster auf. So, ne, am besten das auch noch. Ich weiß gar nicht eigentlich, wie das aussieht, die fäll ich mir jetzt gerade mal auf. Ich meine, in der Küche müsste was sein, ja, hier ist die Pfanne. So, und sonst? Ne, aber hier vorne müsste eine Tür sein, ja, genau. Okay, hier ist glaube ich auch nichts. Ne, also ist echt komisch, weil hier so in Ruhe durch zu walken. So, oben haben wir auf jeden Fall, oh, hier ist auch noch das Benzin. Okay, nehmen wir das erstmal mit. Oh, ne, da, ne Leuchtpistole. Dann wird das Benzin wieder fallen gelassen. Gut, jetzt zumindest sehen die anderen das jetzt auch. So, ich meine, sonst ist hier glaube ich nichts, ne? Ne, da war ich schon, da auch. Okay, oben. Oben kenne ich mich super gut aus. Also, okay, immerhin Heilspray. Komm schon, hier muss noch irgendwas Schönes sein. Obwohl, Heilspray ist schon mal nicht schlecht. So, komm, 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 komm. Uh, okay. Also das ist gut. Dann kann ich auf jeden Fall schon mal einen Jason grab, wenn er mich grabt, entkommen. Und hier ist auch noch eine. Ach, wird ja immer besser. Jetzt gleich noch eine Karte und dann, dann bin ich wirklich zufrieden. Und ich müsste auch die Phonebox irgendwo bekommen. Oder, was heißt bekommen? Irgendwo finden, natürlich. So, hier ist auch noch eine. Ah, wäre jetzt natürlich das Nonplusultra gewesen, hier noch eine Karte zu finden. So, mal gucken. Ne, okay, dann gehen wir hier durch diese Orangenplantage. Durch diese Orangenbäume. Okay, mal gucken. Ich brauche auf jeden Fall eine Karte. Die Map hier kann ich nicht, habe ich nicht im Kopf. Ich finde die auch so groß. Und, äh. Eigentlich kann man ja sagen, müsste es eigentlich zum Nachteil von Jason sein, wenn die so groß ist. Okay, mal gucken hier. Ja, zumindest walkie. Brauche ich zwar nicht, weil wenn die, wenn welche in der Lobby natürlich reden, dann mute ich die eh alle. So. Oh ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, haben wir auch die Karte. So, hier mal einmal noch kurz dicht machen. So, oh, da vorne liegt auch die Karte. Da haben wir auch schon Benzin. So, Auto und Boot. Oh mein Gott, er hat schon drei erwischt. Oh, da ist die Bärenfalle. Die nehmen wir jetzt nochmal einmal kurz mit. Packen sie hier kurz vor die Tür, damit wir hier irgendwie vielleicht einen sicheren Hafen haben. Oh nein, da kommt jemand hier hin. Oh, der ist schon reingesprungen, ne? Oh, der bringt Jason mit. Hm, der bringt Jason mit. Okay, schnell die Leuchtpistole. Oh, er kommt schon durch, er kommt schon durch. Ja. So, komm raus, 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 raus. Oh, komm, wir müssen jetzt irgendwie weg. Ne, am besten gehe ich, glaube ich, über die Brücke. Oh, nicht, dass er mir hinterherkommt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Na, ne, er beschäftigt sich mit dem einen da noch, ne? Er hat auf jeden Fall einen Opfer gefunden. Oh, oh, oh. Who is that? Oh, a dead body ist das. Hä, warum war jetzt gerade die Mucke wieder da? Okay, im Basie haben wir zumindest, sonst hat er nichts bei. Leichten Fledderei hier. So. Ja, jetzt ist die Frage, was jetzt, was jetzt? Ich habe die Sicherung bei. Oh, das hört sich ja übel an. Ah, er hat immer noch nur drei. Okay. So, jetzt ist die Frage. Benzin lasse ich lieber noch hier, wenn Jason hier in der Nähe ist. Und er scheint ja auch gar nicht schlecht zu sein. So, ich will am liebsten hier über den Fluss. Aber ich glaube, schwimmen ist gerade keine gute Alternative. Oh, wer... Nein, der bringt schon wieder... Da ist schon wieder einer. Ist das der gleiche von gerade? Ne. Oder? Obwohl, ich habe es mir gar nicht gemerkt, wer das war. Habt ihr denn noch nicht mal gesehen? Stimmt. Okay, der rennt auf jeden Fall über die Brücke weg. Hier kommt noch jemand hin. Und jemand ist da im Haus. So. Oh, nein. Hier ist die Phonebox. Der hat da auch eine Falle gelegt. Der hat da auch eine Falle vor die Phonebox gelegt. Komm, 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 komm. Ja. Schön, wie die Third-Person-Sicht ausgenutzt. So. Na gut, ich habe ein Basie. Das reicht erst mal. Okay, du willst auch raus, oder? So, Phonebox, Phonebox, Phonebox. Oh mein Gott, Tommy ist auch da. Ich habe ein Messer, aber das möchte ich jetzt ungern für die Falle aufbrauchen. Oh, komm, 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 komm. Was soll ich machen? Also, ich müsste jetzt mal... Ich gucke mal, ob ich hier helfen kann. Oh, nein, der ist hinter mir. Oh, der ist hinter mir. Ich habe da das falsch eingeschätzt. Okay, Tommy kommst raus. Okay, Tommy rennt, Tommy rennt. Jason hinterher. Oh, er hat ihn, er hat ihn, er hat ihn. Ah, ich komme, ich würde zu spät kommen. Aber er müsste doch eh... Ja, genau, er hat ein Messer gehabt. Ach, das war gar nicht Tommy. Oh mein, Tommy ist bei mir. Oh mein, Tommy ist bei mir. Okay, ich könnte jetzt versuchen. Ich mache das jetzt trotzdem einfach. Das bleibt mir jetzt anders übrig, oder? Komm. Obwohl, das wird, glaube ich, gar nicht mal leicht. Okay, er scheint nicht zu kommen. Komm, bitte, bitte, bitte. Jetzt lass mich das schaffen, bitte. Lass mich das schaffen. Nein, nein. Oh mein Gott, nein. Oh, er kommt, er kommt, er kommt. Er hat das gehört. Er hat das gehört. Oh mein Gott, jetzt sehe ich da eine neue Falle davor, wa? Vielleicht kann ich ihn noch daran hindern. Oh mein Gott. Okay, jetzt weiß er auf jeden Fall, dass ich da bin. Oh Gott, komm, 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 komm. Ja, please no. Ach so, Tommy, rennt hinter mir her. Vielleicht will er meinen Rücken decken. Wie ein Gentleman. So, was jetzt, was jetzt, was jetzt? Oh mein Gott. Erst mal die Tür. Ja, die Tür zu machen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ach, er ist zu Gange. Uh, entweder hat er auch eine Falle entschärft. Das heißt, er muss ja noch ein Messer gehabt haben. Okay, wo ist, wo ist jetzt Jason? Wo ist Jason? Okay, jetzt kontrolliert er noch mal. Oh mein Gott, oh mein Gott, er hat Tommy, er hat Tommy. Oh mein Gott, was ist jetzt hier los? Ich glaube, wir schaffen das nicht. Oh, ich erinnere mich noch an die eine Folge. Ich weiß nicht, wie ich sie genannt habe. Telefonmassaker, oder? Ich weiß es nicht mehr. Oh mein Gott, das war so ähnlich. Nur, dass da in sehr kurzer Zeit ganz viele draufgegangen sind. Oh, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Bitte, 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 bitte. Oh. Boah, wäre schön, wenn wir jetzt irgendwie das hinbekommen würden hier. Und er das nicht merkt. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm, komm, komm. Nein, nein, ich bin zu nervös. Ich bin einfach zu nervös. Oh Gott, jetzt kommt er wieder, der kommt wieder. Ach, Mann, ey. Wir schaffen das nicht, nein. Oh mein Gott. Ey, der macht immer wieder den Telefonkasten kaputt. Na, er kommt. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Vor allem dieses Schwarz-Weiß hier, das rächt mich voll auf. Verstärkt doch nur noch die beklemmende Atmosphäre. Jetzt hat der Typ da abgeschlossen, oder was? Yo, abgeschlossen. Okay, jetzt schlägt er, er schlägt jetzt die Tür ein. Vielleicht schaffe ich es jetzt noch, vielleicht schaffe ich jetzt die Formbox mal gucken. Ich probiere es jetzt einfach nochmal. Ah, nee, er kommt. Kommt er jetzt tatsächlich hier hin? Komm, 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 komm. Okay. Okay, eigentlich wollte ich nicht direkt raus. Oh mein Gott. Was wird das hier? Oh, 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 oh. Oh mein Gott, das ist aus dem, aus dem Spiel, das ist jetzt die ganze Zeit im Dunkeln, ne? Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist. Auf YouTube ist dann halt ein sehr, sehr dunkles, dunkles Video. Oh, 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 oh Ja, okay. Hat halt nicht sollen sein. Vielleicht, besser wäre vielleicht gewesen, irgendwie ähm, was ist das denn? Zwei AFK oder was? Die bewegt sich nicht. Und er auch nicht. Doch, jetzt hat er sich bewegt. Okay, was macht er? Er versteckt sich jetzt wirklich da. Das ist aber riskant. Wenn Jason hier reinkommt, kommt er nicht mehr weg. Und, auf jeden Fall hätte ich auf jeden Fall irgendwie weggemusst. Irgendwie erstmal weiter weg und dann, ähm, und dann hinterher nochmal wiederkommen, wenn sich die, wenn die Luft rein wäre, oder wenn die Luft rein gewesen wäre. Sagen wir mal so, oh nein. Oh nee, der haut ihn jetzt bestimmt sofort ins Klo. Jo. Wir sind weg ins Klo. Okay, das war auf jeden Fall jetzt eine gründliche, äh, WC-Inspektion. So, vielleicht war das der Inspekteur vom, äh, von WC-Ente. Könnte natürlich sein. Wer weiß, wo er Urlaub macht hier? Vielleicht den, vielleicht den Pein hörst. Tja, Tommy muss das jetzt hier alleine machen, ne? Die anderen beiden sind jetzt quasi nicht gerade produktiv unterwegs. Das Bunny hier und, okay, er bewegt sich zumindest jetzt. Oh, 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 oh. Oh, es hat ihn erwischt. Oh, nein, ich sehe, mir schwant jetzt Böses. Vielleicht kann man ja noch sehen, wo der hingeflogen ist. Obwohl, ich sehe den nicht. Ich sehe den nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht muss ich ihm, gleich, äh, wenn ich das dann, vielleicht kriege ich ja die Helligkeit hinterher noch ein bisschen hochgeschaltet. Mal gucken, ich muss mal gucken. Weil es bestimmt schlagdunkel gewesen und schwarz-weiß. Okay, jetzt sind noch die beiden. Sechs Minuten, da sollte er eigentlich hinbekommen. Aber er ist ja schon da. Nein, warum rennt der denn nicht? Hat der keine Ausdauer? Na? Was macht er denn jetzt? Will er ihn da... Vielleicht wollte er ihn jetzt beim, beim Feuer, äh, angehen, aber... Oder ihm den Rest geben, aber hat vielleicht nicht geklappt. Und jetzt hat er zumindest wieder Ausdauer. Oh, 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 oh. Ach, Bunny ist auch hier. Oh, 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 oh. Ja, das war's auch für unseren Cop in Pink. Ja, und jetzt ist nur noch Bunny da. Dann müsste es eigentlich gewesen sein. Also hat er nicht schlecht gemacht. Er hat ja ziemlich schnell die ersten drei Kills gehabt. Und, ähm, ja. Bei der Phonebox, gut, das war meine eigene Schuld. Ich hätte da irgendwie die Skillchecks verschaffen müssen. Aber irgendwie hatte ich nicht die Ruhe. Muss man dazu sagen. Oh, oh, jetzt gibt's noch den Feuerkill. Was heißt den Feuerkill? Den Spießkill. Oh, oh. Oh mein Gott. Ja. So. Mit diesen schönen, ähm, romantischen, äh, Bildern vom Lagerfeuer ist dann die Folge auch vorbei. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und hat Spaß gemacht. Über ein Like, Abo oder Kommentar würde ich mich freuen. Und, äh, ich hoffe, wir sehen uns auch bei den nächsten Videos wieder. Ähm, schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei. Also Dead by Daylight oder, äh, PUBG oder jetzt auch Kingdom Come Deliverance. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und, ähm, ja. Ich wünsche euch alles Gute. Alles, was ihr euch wünscht. Viel Gesundheit, Action, Ruhe, was auch immer. Ciao. Euer Malida.